I'm back to the future Und Level 4 von Episode Moment mal kurz Okay doch ist richtig Dachte schon da stand 4 4 Aber eben muss ja 3 4 sein Dachte schon da meine Episode ist krass falsch benannt Genau Episode 3 Folge 4 Auf ins Gemetzel Sonst mittlerweile zum Glück wieder verzogen Oh nein Der wird eh gleich tot Da bringt uns das zweite Leben auch nichts Warn Ist aber irgendwie nice Dass wenn man tot ist man schielt Dass man dann quasi zwei Kameraperspektiven hat Na jetzt gefällt mir Alter wie schnell geht das Die hoch und runter So jetzt leckt mich Ah da ist ein Blitz Aber guck tut da keiner mehr Okay Gut Darum ist es sehr gut Blitz Aber was ist hier noch Du scheiße Oh alter wollen wir verarschen Wie hinterhält sich sowas einfach Da ist man außerhalb des Käfigs Noch mehr bestraft als die in dem Käfig Achso Andererseits ist er gerade offen Ah nice Okay man muss hier also später nochmal durch Da ist nämlich eine blaue Tür Da ist ein Knopf Den man von außen nicht drücken kann Weil es gibt ja manchmal Manche Knöpfe Die kann sich hier von außen abschießen Und dann werden die Betätigt Aber der leider nicht so Gut Okay Da ist schon wieder Lava Ich kotze schon wieder ab Wir werden schon wieder unsere gesamte Rüstung verlieren Wir müssen auch darunter Ja doch Da geht es rein Da geht es auch rein Ach so hier geht auch noch ein Okay Wo waren eigentlich Wir hatten doch mal irgendwo Irgendwo diesen Bug gefunden Dass wir mal einmal Diesen Berserker Madburg Mod gefunden Ne jetzt nicht mehr Okay Weil wir hatten doch Dieser eine Mod Da hatten wir einmal Berserker Pack bekommen Und dann galt der für immer Ich weiß dann nicht Ob das jetzt bei Brudel Doom war Bei Brutel Brutelity Oder hier Das war glibber Das war glibber Bei Doom for Doom Aber Zu dunkel hier Wow Alter Da sieht ja nichts Leider gibt es bei Doom for Doom Wie gesagt Kein Flashlight Das würde uns so helfen Einfach mal so Kein Flashlight Aber na gut Doom for Doom Orientiert sich halt an Doom 2016 Und Doom 2016 Und Doom 2016 Hat auch kein Flashlight Von daher ist es nur naheliegt Dass Doom auch kein Flashlight hat Und ich habe auch schon probiert Dieses Wow Brudel Doom Brudel Doom Black Edition Vielleicht Leid von Doom Von dem leider nicht Aber die Sonne kommt wieder raus Ah Ja komm War es gritter Schaden Hä Achso Ist doch gar nicht das Siegut Was ich gefunden hatte Wo denn jetzt Doch 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 Das ist es Na gut Lassen wir mal Alter Da bekommen wir echt Bei jedem scheiß Schaden Hier ist auch schon wieder Lava Müssen wir da wieder durch Nein Müssen wir da nicht Und hier ist ja noch Noch was weiter Ne Von hier kommen wir Ich will raus Und wir sehen schon wieder Die gesamte Map Das ist natürlich Sehr nice Achja Das mit dem Alter Wo haben wir gestartet Fuck Leckt mich Ja genau Hier haben wir gestartet So Hier führen wir noch lang Ha Yay Gut Die Lücke Hätten wir sogar mit Normals Spellforti geschafft Wir müssen hier runter Oh hier ist ne Treppe Oh Kommt hier jetzt auch wieder hoch Da Sieht aus Als wenn es weh tut Aber da ist ein Vorsprung Und dann gehen wir Erstmal nach hier Okay Hier tut es auch weh Aber auf eine eigene Art und Weise Nein Ich hänge schon wieder Ich brauche mich hier Leck mich am Arm Diese Kacksträucher Dass man an sowas immer hängen Beleit Das ist doch nicht nur normal Hier was kommt jetzt Achso Blauer Vieh Gut Das kann man vielleicht benutzen Um in den anderen Raum zu gehen Oh ist auch nochmal so Ding Ach da Ah Oh Ah Okay Gut Wir haben den blauen Key Mit dem blauen Key können wir nach da Ach klar hier Wow So hier ist noch was blaues Ist da was Leck mich doch einfach am Arsch Oh Alter Leute Ist hier was? Nein Ist nur so eine kleine Sackgasse Danke Oh Jetzt kommst du dran Mein lieber vegetarischer Freund Wow Das wird nicht mehr Doch Da wird noch was Sehr gut Man würde hier gar nicht mehr rauskommen oder? Doch da kommt doch noch was Okay So wo geht es da hin? Weißt du was? Bevor wir noch weiter erforschen Gehe ich erstmal nochmal zurück Und holen wir nochmal den anderen Anzug Worum er jetzt nochmal war Der war in so einem kleinen Extra-Raum Kann das sein, dass es hier irgendwo war? Ja hier war das doch Ah genau Da muss er aufgeben werden Ja ich weiß, tut weh Ich leck mich Mir tut auch so Einiges wie was hier abgeht So jetzt erstmal der Raum hier Wo geht es hier lang Äh wow Okay Hat sich aber voll gelohnt Wo geht es hier lang Hä? Wow hat sich aber überhaupt gar nicht gelohnt hier Okay wir haben den gelben Sculpt Mit dem kommen wir nach Da Nein Nein ich hänge nach Brüder Interessant Können wir gleich mal gucken was hier abgeht Oh Äh wow Da sind einige Wege Da sind einige Wege Da geht da was Ah Jawoll Oh Hier waren wir ja doch bereits Darauf kenne ich doch hier Ja So das müssen wir gleich schnell zurück Und äh Äh Da muss man noch hin Genau So Hä? Kommen wir gar nicht rein Da ist noch ein Anzug Aber da kommen wir nicht rein Hä? I'm confused Da müssen wir rein Da Achso Noch ein Anzug Man kann nie genug haben Einmal die Brenne halten Ist das jetzt wie schon das Ziel oder? Ich spreche mal vorher sicher selber Ne ich finde ich das hier Boah Alter Da schießt der mich ein bisschen Maß zurück Was? Ja komm mal Ich spür's doch mal hier in dir Wieso kann ich hier nicht? Was hat denn die Benutztaste? Ach komm mal Dann machen wir mal mal jetzt Das war doch Das war ja armselig war das ja So Jetzt will ich wegschicken Geht doch Meine Fresse So Jetzt haben wir immer noch Die Oh Aha Hier ist das Exit Sehr schön Exit gefunden Was? Diese Schweine Okay Hey Na gut Das war's wieder mit Doom So Ich Und Das Ja Nächstes Ist dann wieder Doom So Das haben wir schon mal Ja Das nächste ist dann wieder Freedom Episode 3 War das nicht schon? Hatten wir nicht erst vor kurzem mit einer neuen Episode angefangen gehabt bei Freedom? Oder war das Episode 2 am Anfang die Map wo ich einmal so klicklich gescheitert bin? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Maschinen.